Über 10 Millionen Hunde leben heute in deutschen Haushalten. Daraus ist eine riesige Industrie entstanden. Ob es für Tierfutter ist, Zubehör, für Tierliebhaber dreht sich alles um den Hund. Passend dazu gibt es jetzt den Doggy Brella. Ein hochwertiger Gästeschirm mit Windprufsystem, durchgestaltet mit Design-Elementen, Hundepfote, die sich überall wiederfindet, auf dem Top, auf der reflektierenden Paspel, bis hin zu dem Stock, der mit der Hundepfote bedruckt ist. Aus Rücksicht auf unsere Mitmenschen ist es heute natürlich üblich, die Hinterlassenschaften des vierbeinigen Freundes auch entsprechend zu beseitigen. Wir liefern den Doggy Brella deswegen bereits mit 15 Hundekotbeuteln im Griff aus. Diese lassen sich bei Bedarf einfach nachfüllen. Bei trockenem Wetter bietet es sich an, den Griff einfach zu entfernen, den Schirm zu Hause zu lassen und mit einem Karabiner, einer Hundeleine oder einem Gürtel zu befestigen. Mit rund 120 cm Durchmesser bietet der Schirm Platz für Herrchen und Frauchen und natürlich auch den geliebten Vierbeiner. Natürlich stehen bei dem Modell die typischen Veredelungsmöglichkeiten wie Druck und Doming zur Verfügung. Preislich bewegen wir uns im Rahmen von unter 18 Euro bei einer Menge von 100 Stück. Aus Rücksichtung Aus Rücksichtung Aus Rücksichtung Untertitelung des ZDF, 2020